So Leute, nach zwei Stunden Farmen sind wir in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich wollte ja zwischendurch nochmal farmen. Und man sieht hier, ich habe mir bessere Ausrüstung geholt. Ich habe mir zwischendurch meinen Sniper geholt, mit dem ich nicht ganz zufrieden bin. Das Snipen kann ich nicht so gut. Liegt aber, glaube ich, auch nicht an mir, sondern das ist einfach nur... Was sage ich da? Es liegt an mir, das meinte ich. Es liegt an mir! An sich ist das Snipen in diesem Spiel einfach und macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Es ist einfach mal Spaß, aber es ist nicht so meins. Es ist einfach nicht meins und ich komme nicht so gut damit klar und das wollte ich damit sagen. So, ich habe meine Männer auch aufgerüstet, wie man hier wunderbar sieht. Ich wollte mal die Moral stärken, bevor wir das tun, was ich jetzt vorhabe. Man sieht das wahrscheinlich schon, was ich vorhabe, wenn ich schon vor einer Stadt stehe. Ich habe mir jetzt vor, diese Stadt anzugreifen. Ich hoffe mal, dass es klappt. Ich habe wirklich Angst davor, diese Stadt anzugreifen. Aber wie werden wir denn das tun? Mal sehen, wie wir es machen. Das ist jetzt eine ganz andere Sache noch, wie wir es machen. Okay, gucken wir uns das Gebiet an. Reinschargen, denke ich mal, ist nicht das Beste. Wir werden uns erstmal... Sniper-Team, ja. Gut, wir werden wahrscheinlich hier vorne uns erstmal hier verschanzen. Das müsste eigentlich ja ganz gut gehen. Die Männer etwas splitten, weil ich habe Angst davor, dass wir hier Granaten oder so abbekommen. Nicht zu weit auseinander. Die Sniper... Haben die von hier oben einen Blick? Ich weiß es nicht. Ähm... Dass wir angegriffen werden, denke ich mal. Vor der Stadt sieht man auf jeden Fall hier so eine kleine Erhöhung. Das heißt, wenn wir angegriffen werden, kommen die Gegner auf jeden Fall da rüber. Ich mache mir Sorgen um die Sniper. Ich würde die gerne behalten, weil die mir die ganze Zeit über gut geholfen haben. Oh Mann. Ich habe so das Gefühl, dass wir mega viele Verluste kriegen werden. Richtig viele Kontakte. Okay, okay. Ich habe es mir anders überlegt mit den Snipern. Ihr kommt nach hier. Okay, die Gegner wissen noch nicht, dass wir da sind. Und... Sind noch ziemlich gechillt. Hier ist auch gleich die Muni-Kiste. Das ist ein Vorteil. Das bedeutet, wenn ich denn mal Muni brauche, komme ich da schnell ran und... Da sind die ersten Gegner. Die Sniper schießen. Okay, da oben sind sie. Mal sehen, ab wann unsere gesamte Einheit das Feuer aufnimmt. Das sind immerhin 50 Leute. Gegen die wir hier kämpfen. 50 gegen 31. Das ist für mich wirklich... Wenn wir jetzt gewinnen, dann ist es ein Meisterwerk von meiner Strategie. Wenn wir verlieren, dann... ...haben wir ziemlich was einzustecken. Aber wir haben die finanziellen Mittel, um eine neue Armee hochzuziehen, wenn wir es nicht schaffen sollten. Aber wir dezimieren die Gegner, bevor sie das Feuer auf uns eröffnen. Oh, jetzt kommen sie über die Flanke und feuern. Aber da höre ich schon, unser MG... Unser MG gibt gut Feuer. Schutz auf jeden Fall. Oh, und da flog eine Granate. Das heißt, da drüben müssten auch Feinde sein. Ich weiß es nicht. Sie sind jetzt hinter der Kante. Ich hab... Wir müssen aufpassen. Die könnten uns ja auch hier über die Seite noch in die Flanke fallen. Aber ich hätte gerne so mein erstes Städtchen auch für mich. Muss ich ehrlich sagen. Ich muss nachladen. Ja gut, da ist ein Gegner, der wird natürlich aus der Ecke da feuern. Ist er down? Scheint so. Okay, ähm... Ja, einfach immer weiterschießen. Nicht nachgeben. Also, wir sollten die Gegner hier wirklich irgendwie down kriegen. Mal ganz kurz schauen, wie unsere... Ich hab euch reingeholt, aber noch nicht gesagt, wo ihr hin sollt, oder? Ihr geht nach da, ihr nach da. Und ihr rückt tatsächlich auch ein bisschen vor. Wir werden jetzt etwas unsere Männer spreaden, unsere Einheiten auseinanderbringen. Oh, verdammt. Wir haben Verluste erlitten. Wie viele einen? Okay, okay. Das geht noch. Einer ist akzeptabel. Wir haben die auch schon dezimiert. Hatten die nicht mehr am Anfang? Ich weiß es nicht. Okay, ich werde einfach... Einfach weiterschießen. Einfach supporten. Ich denke mal, die Gegner haben einen Vorteil natürlich. Die liegen da oben. Aber tatsächlich sehen wir... Sehen wir gerade noch... Sieht es gerade noch gut aus. Sehen wir gerade noch gut aus. Das ist natürlich... Wir sehen auch gerade gut aus. Wir machen gerade eine Glanzleistung hier. Wir sehen verdammt cool dabei aus. Und das durchgehend. Jeder Schuss sieht mega cool aus. Immer dieses lässige Grinsen, was wir drauf haben. Und wir haben einen Mann verloren. Mann, 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 Mann. Das ist nicht gut. Ich geh mal ganz kurz. Und ich könnte jetzt auch auf das Sniper wechseln. Aber das mache ich höchstens erst, wenn mein Gewehr hier leer ist. Weil mit dem Gewehr kann man auch ganz gut snipen. Ich weiß nicht, dass ich hier gerade eher wild reinschieße. Aber ich möchte die Gegner sich dazu... Ich möchte die Gegner dazu bewegen, sich hinzulegen. Und wir haben einen Sniper verloren. Das ist eine meiner wichtigsten Einheiten. So, ich hatte kurz einen Schnitt hier drin. Aber sollte alles... Oh nein, sie flankieren uns. Sie flankieren uns. Sniper? Sniper, Sniper, Sniper. Ne, es sind nicht die Sniper. Egal. Retreat. Wir brauchen euch. Hier, sie umrunden uns. Sie umrunden uns. Sie umrunden uns. Das ist natürlich jetzt nachteilhaft. Oh man. Einfach reinschießen. Die AK sollte... Äh, die... Ah, was auch immer. Ich habe den Namen der Waffe vergessen. Sie sollte auf jeden Fall reichen. Ihr zieht euch auch zurück. Wir werden immer schön frische Einheiten hier uns herholen. So ist es nicht. Immer schön frische Einheiten herholen. Keine Einheit sterben lassen. Weil wenn eine Einheit stirbt, dann müssen wir sie neu rekrutieren. Und alle Mühe, die wir da reingesteckt haben, aber umsonst an mitnehmen, vielleicht ein bisschen aufleveln und... Oh man. Gut, gut, gut. Wir haben jetzt keine Möglichkeiten mehr, auf eine andere Waffe zurückzugreifen, die vollautomatisch ist. Deswegen nehmen wir jetzt das Sniper. War hier vorne nicht gerade noch jemand? Ist das für eine Entfernung? Die? Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. Etwas niedriger. Ah. Wie man sieht, das Snipen... ist... simpel. Ich... Also simpel. Man muss einfach nur gucken, wo der Bullet Drop ist und dann... abdrücken. Und ich treffe hier gerade gar nichts. Der war zu hoch. Das war ein Treffer. Komm schon. Ich treffe mit dem Sniper nichts. Ich bin kein so guter Sniper im Spiel, wie ich sagen wollte schon. Äh. Ach, verdammt. Wie hoch muss ich denn da zielen? Das war ein Treffer, oder? Ich habe keine Ahnung gerade, wie hoch ich zielen muss. Okay, ich muss jetzt wirklich die Leute hier zum Rückzug bekommen. Und ihr müsst jetzt hier beim Flankieren die Seite decken. Das ist zu hoch wieder. Oh Mann. Wie viele sind denn das noch? Das sind noch neun Männer. Ach, komm, knie dich hin. Den haben wir getroffen. Den auch. Ja, wenn sie sich bewegen, dann kann ich snipen. Den auch. Oh, jetzt muss ich nachladen. Zwei Männer. Das sind die, welche da weglaufen. Holst sie euch. Ja, Treffer aber nicht tödlich. Treffer aber nicht tödlich. Daneben. Warte. Zwei Männer, das heißt, die, welche weglaufen, sind nicht mehr unsere Feinde. Wir haben, wir haben diese Stadt erobert mit dermaßen vielen Verlusten. Aber wir haben sie erobert. Wir haben diese Stadt erobert. Es ist unsäre Stadt. Wir gehen da jetzt erstmal rein. Oh, warte erstmal. Donate. Ja, hier ein bisschen Geld donaten. Das ist ja meine Stadt immerhin. Das überlappt sich hier gerade. Aber gucken wir erstmal, was der Waffendealer hat. Wir müssen erstmal hier unsere Vorräte jetzt auffüllen. Das geht ja so nicht. So viel, wie wir verloren haben. Oh. Ach, das ist gar nicht der Waffenhändler. Egal. Hier, nimm mal. Ganz wichtig, erstmal Vorräte jetzt auffüllen. Das ist jetzt erstmal das A und O nach dieser Schlacht. Hier, so viele Granaten brauchen wir gar nicht. Hier, die Raketen können weg. Oh, Mann. Was haben wir noch? Haben wir irgendwas, was weg kann? Nein. Gott, das war ein Kampf. Und den haben wir gewonnen. Wir haben unsere erste Stadt erobert. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es klappt. Es war ein riskanter. Hier, komm. Gebt mir euer Geld. Danach gebe ich euch mein Geld. Und wir unterstützen uns ja eh. Ach, komm. Hier, die Munition könnt ihr auch haben. Hier, das, 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 das. Das könnt ihr haben. Das, das. Das. Alter. Wir haben diese Stadt erobert. Und ich sehe gerade, finanziell geht das so nicht klar. Ich kann mir das so nicht leisten. Geht das so? Nein. Das heißt, ich muss ein paar meiner Sachen wieder wegnehmen. Nehmen wir einfach mal die ganzen Goldklumpen hier wieder weg. Gut. Können wir noch irgendwelche Händler-Armen machen? Hier, Gold, Gold. Mit dem Fisch. Warte mal. Ne. Ich habe mich gerade verguckt. Ich dachte gerade, ich war hier. Okay. Ich gehe mal ganz kurz hier raus. Inventar. Meine Waffen wieder umrüsten. Weil ich hätte gerne meinen AK wieder. Oder was ist das? Eine ANS. Ich hätte gerne meine ANS wieder. So. Das Fernglas ist ganz cool. Brauchen wir nicht. Nehmen wir lieber mal weiteres AK-Magazin mit. Zwei Mad Kids sind immer schnieke. Ich wollte gerade sagen, schön. Sind sie auch, ähm. Nehmen wir mal hier Rifle. Zwei Skillpunkte und Rifles. Wir reden nochmal mit meiner Stadt. Und verkaufen jetzt nochmal kurz hier ein bisschen was von der zu vielen Money von denen. Davon noch was. So. Wir sind jetzt eigentlich wieder gut equipped. Wir haben extrem viel Geld. Und jetzt gucken wir uns mal die ganzen Menüs von der Stadt an. Wir können jetzt hier Construction. You are approaching the town of Lungby. This town is controlled by you. Factory Property. Können wir mehr bauen? Farm Property. Ah, ich kann. Ich kann hier alles bauen. Okay. Noch mehr, ne? Garnision. Oh, ich muss hier in der Garnision jetzt Männer unterbringen von mir. Das heißt erstmal, ich werde mal ganz kurz... Das heißt wirklich, wir müssen jetzt Männer in unserer Stadt lassen. Von meinen Männern. Das heißt also, ich würde wahrscheinlich bessere Leute zurücklassen. Ja. Ich lasse gute Männer zurück. Ja. Garnision. Ich lasse euch zurück. Ich lasse euch zurück. Euch zurück. Was habe ich denn noch an Männern? Ähm, ne, die lasse ich nicht hier. Die lasse ich aus. Euch lasse ich hier. Das MG-Team lasse ich hier. Team Arouders lasse ich hier. Das heißt, wie viel hätte die Stadt jetzt? 24 an Verteidigung. Warte. Anheuern. Ja. 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 In den Baracken. Äh, äh, ne, ne. Euch will ich nicht. Und jetzt kommt die neuen Männer, die ich gerade angeheuert habe. Die kriegen jetzt erstmal noch einen kleinen Bonus. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt noch. A, B, B, oder wollen wir uns die restlichen Leute, wir haben jetzt so gut wie kein Geld mehr und das liegt aber auch daran, dass wir, hoppla, hier gerade dafür sorgen, dass unsere Stadt ganz gesichert wird. Den Wifelsquad wollte ich ja nicht behalten. Wo sind denn die? Gut, ähm, Wifelsquad, Wifelsquad bleibt auch hier. Wifelsquad, Gönatierteam, obwohl. Ich glaub, die hier kann man noch alle, hoppla, ausbilden. Alles, was wir ja jetzt... Ja, ja, Mg bleibt noch hier. Mg bleibt hier. Guckt mal kurz, was wir noch ausbilden könnten hier nach. Ähm, welche Einheiten kriegen ihr noch XP? Daran kann man's ja sehen. Ihr kriegt XP. Ihr bekommt, ihr bekommt, ihr bekommt, ihr bekommt, ihr bekommt, ihr bekommt. Ja gut, alle kriegen noch Erfahrungspunkte, das heißt also. Ja, warte mal, ich hole mir mal ganz kurz alle meine Männer zurück. Nur um mir das mal ganz kurz genau anzusehen. Wer jetzt eigentlich noch hier eigentlich so überhaupt Erfahrung bekommt. Ich schaue mir das mal kurz durch und dann melde ich mich. So, das ist jetzt die Aufstellung für die Stadt hier, die MG ist, dann die Sniper, dann meine Heavy Infanterie, meine Mercenary Veteran Squad, FCA Elite Rangers und meine Immort Marauders. Und das Interessante ist, wir werden jetzt von den Baracken diese Leute hier anheuern und uns um die kümmern. Was haben wir jetzt noch hier zu tun? Donate. Ja, wir spenden noch etwas Geld in die Stadt rein, einfach nur, um uns darum zu kümmern. Und wir haben jetzt hier eine Verteidigung von gerade mal 33. Das sieht nicht allzu gut aus, aber ich werde dann mal meine Männer hier an den Leuten hier außenrum trainieren. Denn hier will ich erstmal darum sorgen, dass hier alle Feinde erstmal rumherum weg sind. Und danach werde ich hier noch mehr Infanterie reinpushen. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge seht ihr dann, wie die Stadt mit der Garnision aufgerüstet aussieht. Ich möchte gerne auf so einen Verteidigungswert von 60 circa kommen. Von 60 Mann, vielleicht auch höher. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder, wenn dieser Wert erreicht ist. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Remskritsch. Ciao. Ciao.